Im heutigen Lesemonat erzähle ich euch was über ein Buch, was mich sehr stark an Stephen King erinnert, was aber dennoch sehr, sehr gut für sich alleine steht, was mir sehr gut gefallen hat, was vielleicht sogar einen kleinen Anspruch auf das Jahreshighlight hat. Ich erzähle euch was über ein paar Abbräuche, die ich leider diesen Monat hatte. Ich erzähle euch was über ein paar Story One Bücher, die ich gelesen habe, generell über diesen Schreibwettbewerb, den größten Schreibwettbewerb Deutschlands in Zusammenarbeit mit Thalia und über mein eigenes Buch, was ich im Rahmen dessen geschrieben und veröffentlicht habe, was ihr alle sehr gerne kaufen könnt. Ich erzähle euch was darüber, also bleibt dran, ich wünsche euch viel Spaß. Es ist spät am Abend. Liebe Leute, ich bin eigentlich müde, ich sollte eigentlich im Bett sein, bin ich jetzt jedoch nicht, weil ich irgendwie doch noch dieses Video aufnehmen will, weil ich die nächsten Tage keine Zeit habe und das irgendwie jetzt möglichst frisch noch machen möchte. Damit erstmal herzlich willkommen zu diesem Lesemonat, viel Spaß. Ja, liebe Leute, herzlich willkommen zu diesem neuen Video. Mein Name ist Tim und ich rede auf diesem Kanal über Bücher, Geschichten, alles, was diesbezüglich in meinem kleinen Köpflein vor sich geht. Wenn dich das interessiert, dann klick doch gerne auf Abonnieren, folge mir und verpasse nie etwas. Ja, jetzt bin ich ein bisschen vom Faden runtergekommen. Die ersten zwei Bücher, über die ich reden wollte, sind diese beiden hier. Das ist einmal von Gunnar Kaiser unter der Haut und dann das Mädchen, das in der Metro da ist von Christine Ferré-Fleurie. Ich stelle die jetzt deswegen gleichzeitig vor oder im gleichen Atemzug, weil sie für mich sehr ähnlich sind. Ich habe sie auch gleichzeitig gekauft. Und in beiden geht es so um die Literatur, um Bücher, welche Magie die eben transportieren können, was für eine Macht die über das Leben von den Lesern und Leserinnen haben können. Und das klingt ja auch erstmal sehr spannend. Ich fange mal an jetzt hier mit Das Mädchen, das in der Metro las. Das hat mich deswegen auch so angesprochen, weil ich halt der Junge bin, der in der Metro bzw. in der U-Bahn liest bin. Und hier steht es schon hinten so drauf, ein Roman über die magische Macht der Literatur. Die Hauptfigur in diesem Buch, eine junge Frau, die eben in der Metro liest, lernt einen Typ kennen, der sagt, jeder Mensch oder es gibt für jeden Menschen dieses eine Buch, das sein Leben komplett auf den Kopf stellen und verändern kann. Genau dieses eine richtige Buch. Und er hat da so ein paar Kuriere angestellt, die so empathisch sind, dass die Menschen, die sie so in der Öffentlichkeit sehen, so gut einschätzen können, dass sie direkt wissen, was ist für diese Person das richtige Buch. Und das ist so die Ausgangslage. Und die Hauptfigur, ich weiß schon wieder nicht, Juliette, so heißt sie, steigt da so ein bisschen ein in diese Idee. Und je mehr ich gerade darüber rede, desto mehr denke ich, hey, ist doch eigentlich voll cool. Es wirkt erstmal so, hä, das ist doch voll nicht möglich so. Aber das ist ja egal, darum geht es ja in dem Buch nicht. Es geht um diese coole Idee, dass für jeden gibt es dieses eine Buch, was genau richtig ist. Und es gibt diese Menschen, die sich die Zeit nehmen, da über mich so die Gedanken zu machen, obwohl sie mich gar nicht kennen, da zu überlegen, was könnte das richtige Buch für mich sein. Für mich ist das Problem einfach nur, dass es dann sehr viel in so Literatur geht. Es geht sehr viel um tatsächliche Literatur, die eben erwähnt wird. Das sind aber alles Bücher, die mich nicht abholen konnten. Alles Literatur, mit der ich nichts anfangen konnte. Alte Bücher. Ich kann mal hier ein paar Sachen nennen, die hier dann hinten auch nochmal aufgelistet sind. Der Tag vor dem Glück von Éric de Lucca, Singende Steine von Fernard Pouillon, Die seligen Jahre der Züchtigung von Fleur Gégui. Also erstmal auch ganz viel Französisches, was ich halt einfach nicht so wirklich kenne. Und dann ist das halt für mich so ein bisschen abgedriftet in ein Thema, in ein Bereich, mit dem ich nicht wirklich was anfangen konnte. Und das ist halt dann, ja, was, wo ich sage, da kann ich einfach meine 10%-Regel ins Spiel bringen. 10%-Regel sage ich immer, ich muss mindestens 10% von einem Buch gelesen haben, was ich sagen kann, okay, kann ich abbrechen. Also bei, äh, witziger, weil, gut, das Buch hier hat auch nur 170 Seiten. Das heißt, in dem Fall wären es nur 17 Seiten, die ich lesen müsste. Ich habe schon deutlich mehr gelesen. Ich glaube, ich war schon auf Seite 60 oder so. Fast die Hälfte, könnte man jetzt sagen, man hätte es auch noch fertig lesen können. Ich hatte keine Lust mehr. Aber wie gesagt, wenn diese Literatur für euch spannender ist, diese spezifische, dann könnte das Buch auch für euch was sein. Das zweite Buch war dann eben, hier, der Ding, Unter der Haut von Gunnar Kaiser. Es geht quasi um einen jungen Mann, der auf der Suche nach dem definitiven Mädchen ist. Und darum geht es erstmal und er findet dieses definitive Mädchen Gretchen und, ja, hat so seinen Spaß mit ihr. Und das ist alles irgendwie erstmal, ja, interessant beschrieben. Es spielt auch erstmal in einer Zeit, die schon ein bisschen länger her ist. Also, ich glaube, ja, Summer of 69, es spielt im Summer of 69 witzigerweise. Ich weiß gar nicht, ob das überhaupt was mit dem Lied zu tun hätte. Ich weiß gar nicht mal, was denn jetzt laut dem Lied überhaupt im Summer of 69 passiert ist. Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Da spielt es auf jeden Fall und da merkt man natürlich auch, dass dementsprechend die Figuren handeln und die Situationen sind und so. Aber trotzdem, nichtsdestotrotz war es spannend erstmal zu lesen. Aber dieser Schinken ist halt, oder Schinken, ja, weiß ich nicht, ob man es so nennen kann, ist auf jeden Fall deutlich länger als jetzt das andere Buch. Das hat halt schon 500 Seiten. Und es war halt milde interessant. Und auch hier war wieder das Problem. Die sind dann schon auch hier wieder so auf der Suche nach dem perfekten Buch, dem definitiven Buch heißt es dann immer. Und auch hier geht es dann wieder um Literatur, die einfach nicht mein Level ist, nicht meine Leselage aktuell. Das ist was, was für mich nicht greifbar ist. Alte Literatur halt auch. Dostoevsky und so wird da genannt. Und damit kann ich einfach, ehrlich gesagt, nicht wirklich was anfangen. Und dann fängt es halt auch hier wieder an, dass ich abdrifte, dass ich der Geschichte nicht mehr folgen kann, dass ich irgendwann nicht mehr weiß, was ist denn jetzt die letzten zwei Seiten passiert. So wisst ihr, wie ich meine? Das kennt ihr bestimmt. Und auch hier habe ich dann eben gesagt, naja, 10% habe ich gelesen, mehr auch wieder als 10% schon kann ich abbrechen. Insgesamt habe ich für mich beschlossen, dass man Bücher einfach schneller auch mal abbrechen kann. Weil ich glaube, wenn ein Buch einfach gut für einen ist, dann muss man sich die Frage auch nicht groß stellen, ob man abbricht. Gut, es gibt auch Bücher, wo man den Gedanken vielleicht am Anfang mal länger hat und dann wird es doch noch besser. Das stimmt. Aber da muss man sich manchmal auch so ein bisschen auf sein Bauchgefühl verlassen. In meinen Augen. Ja, und sich jetzt irgendwie unnötig durch ein Buch durchzuquellen, ist halt auch Schwachsinn. Generell kann ich noch über beide Bücher sagen, so ehrlich muss ich sein, die Figuren, der Schreibstil oder so, ist bei beiden Büchern super gut. An dem hat es nicht gelegen. Es ist wirklich einfach bei beiden Büchern interessanterweise genau diese Lebens- oder diese Lese-Situation, in der ich einfach nicht bin. Die Bücher, die Literatur, um die es da ging, konnte mich nicht abholen. Wenn du jetzt das Gefühl hast, dich könnte das abholen, dann ist das wahrscheinlich voll was für dich. Und du kannst es gerne mal ausprobieren, das zu lesen. Ich spreche wirklich nur aus meiner Sicht. Ansonsten sind es wahrscheinlich super gute Bücher und die könnten anderen Leuten wunderbar gefallen. Ja, das war es erstmal dazu. Und jetzt gibt es einen kleinen Zeitsprung zum nächsten Buch, was ich gelesen habe. Zeitreise. Wir sind jetzt am 16. August und ich habe drei kleine Büchlein gelesen, die im Rahmen vom Young Storyteller Award veröffentlicht worden sind. Vielleicht habt ihr von dem ja schon mal gehört. Das ist ein Schreibwettbewerb, der jedes Jahr von Story One in Zusammenarbeit mit Talia ins Leben gerufen wird. Und das Besondere bei dem Ganzen ist eben, dass jede Geschichte, jedes Buch, was da eingereicht wird, auch tatsächlich als Buch gedruckt wird, wenn es bestellt wird. Also jedes Buch bekommt eine ISBN hinten drauf und ist dann im Online-Handel zumindest bestellbar. Und je nachdem, wie weit nach vorne du es dann im Ranking schaffst, kann man es vielleicht sogar in der Talia-Filiale kaufen. Ich habe da, by the way, auch damit gemacht. Da gibt es danach noch ein paar Worte zu. Aber auf jeden Fall habe ich mir mal drei Bücher von den letzten Jahren gekauft. Das ist einmal von meinem Booktube-Kollegen, beziehungsweise ihr Bookstagram-Kollegen, Thomas Meyer, a.k.a. der Buchhändler, der ein Buch darüber geschrieben hat, wie man denn Bücher lesen lernt. Er meinte, er hat da so eine Situation gehabt, wo er einer Person begegnet ist, die so ein bisschen lost wirkte beim Bücherschoppen. Sie wird zwar gerne mehr lesen, weiß aber nicht so richtig, wie. Und für solche Leute hat er eben, ja, so diese paar Tipps hier aufgeschrieben. Und ich mag jetzt vielleicht nicht so ganz in der Zielgruppe sein, aber trotzdem finde ich es immer wieder erfrischend zu lesen, so, ja, mal Perspektiven von anderen Leuten aufgezeigt zu kriegen. Und einfach mal, nochmal geschrieben zu sehen, wie toll das eigentlich ist, Bücher zu lesen. Und dass sich das auf jeden Fall lohnen kann, das zu versuchen. Und gerade auch in unserer heutigen schnelllebigen Zeit ist doch das Lesen echt so ein kleiner Zufluchtsort. Und Leute, die da nicht so den Zugang zu haben, sollten das echt mal versuchen, den vielleicht doch zu kriegen. Dann habe ich hier noch Weltschmerzmittel. Das ist tatsächlich die Gewinnerin von letztem Jahr. Und das ist schon fast ein bisschen philosophisch. Also, ja, was heißt fast ein bisschen? Also, eigentlich schon. Es geht viel um, ja, die großen Krisen und Probleme dieser Zeit, so politisch gesehen, aber auch so um die kleinen, kleinen Dinge so im Alltag von den jungen Leuten heute, so Gen Z und Millennials. Jetzt mein Lieblingssatz aus diesem Buch ist, wo liegt fucking Kaltenbach? Ich muss das mal gerade raussuchen, wo das war. Ja, genau. Sie ist gerade so am machen, also so am aufwachen und weiß gar nicht so, was sie gerade jetzt tun soll. Und hat so viele To-dos, aber ist so völlig lost in allem irgendwie. Und dann liest sie irgendwas von Kaltenbach und fragt sich so, was zur Hölle soll das sein? Und dann ist am Ende vom Kapitel dieser Satz, Mein Ei ist mit dem Teflon der Pfanne verschmolzen. Ich google Kaltenbach. Das ist supergeil. Sie ist einfach so völlig lost in dem, was sie gerade tut. Und dann ist sie halt so, wo zur Hölle liegt eigentlich fucking Kaltenbach? Es spiegelt so gut diesen Zeitgeist ein bisschen wider. Und das ist eigentlich ganz humorvoll auch zu lesen, aber auch sehr nachdenklich gestimmt. Und dann haben wir noch im zweiten Platz von 2021, das ist Krötenwanderung. Eine Geschichte aus der Sicht von einem Geldschein erzählt, was eine witzige Idee ist, wie dieser Geldschein so durch die Weltgeschichte reist, von Hand zu Hand gereicht wird und eben Abenteuer erlebt. Und am Anfang dachte ich, das ist sowas Unscheinbares, aber eigentlich ist es echt charmant, humorvoll und auch, ja, doch so ein bisschen tiefgründig auch zu lesen. Und ja, das hat mir schon echt gut gefallen. Ja, zum Schluss kann ich euch wirklich sagen, mein Buch wird es dann auch bald geben. Es ist quasi fertig geschrieben. Ich muss noch ein paar Sachen überarbeiten. Ich muss noch die Bilder einfügen, die ein Freund von mir dafür gezeichnet hat. Und dann werde ich es einreichen und ich werde euch auf jeden Fall auf dem Laufenden halten, wie es dann damit weitergeht. Ich versuche für mich so ein bisschen mit der Einstellung ranzugehen. Hey, das war jetzt auf jeden Fall eine spaßige Sache, da auf jeden Fall mitzumachen und so abgedroschen, wie es klingt. Dabei sein ist alles. Also, es ist wirklich einfach so, auch wenn es abgedroschen klingt. Ich glaube, dass es wirklich so ist. Wenn ich da jetzt einfach, wenn da nichts bei rumkommt, dann war ich einfach dabei und es ist schön. Wenn ich irgendwie ein bisschen weiter vorkomme, es ist noch ein bisschen schöner. Drückt mir auf jeden Fall die Daumen. Dankeschön. Und ja, ich werde euch auf dem Laufenden halten und ich würde sagen, wir machen wieder einen Zeitsprung zu den nächsten Büchern, die ich gelesen habe. Zeitsprung Kommandär und nicht nur Zeitsprung, sondern auch Ortssprung. Ich befinde mich hier gerade im wunderschönen Admannshagen, Bergershagen im hohen Norden in der Nähe von Rostock. Ich mache hier ein paar Tage alleine Urlaub. Ich weiß nicht, habt ihr schon mal alleine Urlaub gemacht? Es ist extrem geil und ich hatte ja am Anfang noch den Plan, hier nur so am Rand von Rostock sozusagen zu wohnen, in einem kleinen Kaff außerhalb von Rostock und dann tagsüber immer nach Rostock reinzufahren. Und naja, das ist jetzt der dritte und letzte Tag und ich war kein einziges Mal in Rostock, weil ich einfach nicht das Bedürfnis dafür hatte. Ich meine, ich bin ein Stadtkind und das, was ich jetzt brauche in meinem Urlaub, ist nicht noch mehr Stadt, sondern Landleben. Hey, hier einfach mal mitten im Kornfeld zu stehen, also wirklich mitten im Kornfeld. Ich mache mal hier so eine Drehung. So, schaut mal. Wirklich mitten drin. Das ist, das ist die Stimmung, die Atmosphäre, die ich jetzt brauche und will und es ist so ruhig und still und keine Menschen um dich rum. Der Hammer. Hey, wirklich, kann ich nur jedem von euch einfach mal empfehlen und ich habe auch jetzt heute schon das Ganze, den ganzen Tag mein Handy aus. Gestern hatte ich das auch. Ich bereue es ein bisschen, dass ich es am ersten Tag nicht hatte, weil dadurch, dass man das Handy halt dabei hat, fühlt man sich gar nicht mal so alleine, wie man es halt tun könnte eigentlich. Aber hier sollte eigentlich um Bücher gehen. Und ich habe mir eine Frage vorbereitet, weil ich habe jetzt gerade kein Buch fertig gelesen, sozusagen, was ich jetzt euch vorstellen könnte, sondern, ähm, ich lese gerade drei Bücher parallel. Ich hoffe, ich werde jetzt nicht gleich von einem Mähdrascher hier irgendwie überrollt. Was ist denn das? Aber es entfernt sich wieder in die Richtung. Okay. Ja, äh, Thema Bücher. Ich lese gerade drei Bücher gleichzeitig. Weil, ich weiß nicht, kennt ihr das, wenn man so mehrere Bücher hat, die man alle spannend findet, die man alle anfängt zu lesen und keins kann einen so richtig binden, aber man kann gar nicht objektiv oder auch subjektiv sagen, warum es einen jetzt, ähm, nicht so fesselt, weil es keine Gründe dafür gibt, keine, die man benennen könnte oder so. Ich habe das ganz oft und dann denke ich mir mal, ich finde es jetzt aber auch blöd, das Buch abzubrechen, weil es mich gerade nicht so bindet. Und jetzt, diesmal konnte ich ganz klar den Finger drauflegen. Das waren zwei Bücher und zwar zum einen der, das falsche Motiv von, ähm, nee, der Spion. Irgendwas mit Spion. Oh Gott. Hier der dritte Teil von der Grischinski-Reihe von Uta Seeburg und Unterleuten von Juli C. Da habe ich nacheinander angefangen, hier von Uta Seeburg, das Buch, habe ich bis Seite 100 oder so und dann habe ich gedacht, will ich erstmal was anderes lesen und das war dann von Juli C. Unterleuten. Das habe ich gerade mal 30, 40 Seiten gelesen, bis ich gesagt habe, nee, ich hatte gerade auf beides da gar nicht so eine Stimmung. Aber ich weiß bei beidem, zumindest bei dem von Uta Seeburg, der Grischinski-Reihe hier, weiß ich, dass ich das auf jeden Fall noch weiterlesen werde, weil das super interessant ist. Das ist gar nicht mal so, wie ich befürchtet habe, so dritter Teil mäßig einfach, äh, ja, wir sind halt immer noch im Ende des 19. Jahrhunderts in München so, nein. Wir haben hier eine Verwohrung von zwei Zeitebenen, was irgendwie so cool ist. Zwei Zeitebenen, 20 Jahre auseinander, die trotzdem ineinander greifen und miteinander zu tun haben und gemeinsam einen Fall lösen. Wie krass ist das bitte eigentlich? Das ist super geil eigentlich. Das will ich auf jeden Fall noch weiterlesen. Von Juli C. Unterleuten bin ich mir nicht so sicher, ob das für mich auf lange Sicht einfach nur das Gleiche nochmal sein wird wie über Menschen. Das ist schon irgendwie eine andere Story, aber es könnte so sein, dass es halt wieder um dieses Zwischenmenschliche zwischen den Menschen geht und wann ist ein Mensch ein guter oder ein böser Mensch und was macht einen Menschen aus? Das ist genau das, worum es über Menschen ging. Ich kann dir das jetzt bei Unterleuten noch kein Urteil erlauben. Also das ist nur so eine Prognose. Ich werde das auf jeden Fall schon noch weiterlesen. Ich habe ja noch nicht mal 10%. Und bei mir ist ja immer so die Regel, bevor ich sage, ich darf es abbrechen, muss ich auf jeden Fall noch 10% gelesen haben. Auf jeden Fall mindestens. Die muss ich dann auf jeden Fall noch erreichen. Aber jetzt habe ich auf jeden Fall ein Buch gefunden, was mich so was von in den Bann gezogen hat, jetzt gerade in der Stimmung. Und dieses Buch wurde mir von Thorsten empfohlen. Thorsten von dem Kanal Toto liest, genau. Mit dem war ich ja in Münster unterwegs. Es gab da ein kleines Treffen mit Booktubern, Bookster-Grammern, waren auch noch ein paar andere dabei. Und wir sind so durch eine Buchfiliale gegangen und dann sprang uns dieses Buch an. Es heißt tatsächlich Unwesen und hat diesen coolen Sticker drauf. Schwedens Antwort auf Stephen King. Und Thorsten hat direkt gesagt, das alle lesen. Alle lesen dieses Buch. Super geil. Und ich so, na gut, wenn du das sagst, dann muss ich das wohl mal lesen. Und ja, ich habe gestern über 100 Seiten schon gelesen und ich finde es super krass. Ich habe heute fast schon 100 Seiten davon gelesen. Super gutes Buch. Es hat tatsächlich genau diesen Stephen King-Vibe, dass es super ausführlich ist. Es ist super dick, dieses Buch. Es hat 700 Seiten, glaube ich, was einem noch wenig vorkommt dafür, dass es so dick ist. Und ja, wie gesagt, ich bin auf Seite 150. Es ist gerade mal so diese Ausgangslage beschrieben worden. Und wir haben so viel über die Charaktere erfahren. So viel über das Innenleben von diesen Figuren. Es ist wieder so eine kleine Stadt sozusagen. Nortelje spielt quasi auch in Schweden. Und da kommt dieser Container an, der da im Hafen gestrandet ist sozusagen. Keiner weiß, wo der herkommt. Und die Behörden fangen erst mal dran an zu überlegen, wem gehört das Ding jetzt überhaupt? Wer darf denn das jetzt öffnen oder entscheiden, was damit passiert? Und darüber diskutieren sie erst mal. Und dann haben wir verschiedene Leute, die da irgendwie so echt, ja, Vorahnungen haben, dass da irgendwas drin sein könnte, was alles verändern wird und irgendwas Böses lauert da drin. Ein älterer Mann hat schon was daraus gehört, was da drin sein könnte, was Leben des, aber kein anderer hört das. Also damit hat es echt was auf sich. Aber das scheint auch, wie man das so ein bisschen von Stephen King kennt, nur so was Unterschwelliges zu sein, das gar nicht mal so dieses Hauptthema ist. Weil man hat zwischendurch immer noch so diese Passagen, so immer am Ende von einem Kapitel, mal nur so einen Absatz von Freundlichkeiten zwischen Menschen. Wo ich mich ja frage, wie passt das in den Kontext, in diesen Zusammenhang? Also wirklich so ganz zusammenhanglose Situationen, wie zum Beispiel eine Frau sieht vorm Krankenhaus, eine andere Frau, die da am Weinen ist und sie denkt sich nur so, ja, vorm Krankenhaus gibt es schon viele Gründe, warum man weinen könnte. Aber das ist mir jetzt auch egal. Ich gäbe nur so eine Frau, tröste die oder so andere Freundlichkeiten zwischen Menschen, die sich gar nicht kennen, die eigentlich gar nicht freundlich zueinander sein müssten. Und man fragt sich so, hä, wie hängt das mit allem zusammen, mit diesem Bösen in dieser gelben Box quasi, so in diesem Container? Und ich bin super hyped auf dieses Buch. Es ist wirklich, es schwillt so was Unterbewusstes drin. Es ist so ganz typisch Stephen King. Und gleichzeitig ist es nicht irgendwie ein Stephen King-Abklatsch oder so. Es hat voll was Eigenes. Gerade der Schreibstil ist so eigen. Es ist wirklich wie so ein Erzähler, der uns richtig an die Hand nimmt und sagt so, wir beobachten jetzt hier die zwei und man könnte eigentlich meinen. So, das ist, hat was total Eigenes und gleichzeitig so was Vertrautes von Stephen King, was ich total gerne mag. Also gerne mal reinlesen und ich werde euch natürlich auf dem Laufenden halten, wie ich das Buch dann im Gesamten finde. Und wie gesagt, hier Krischinski von Uta Seeburg werde ich auf jeden Fall noch weiterlesen. Das ist auf jeden Fall auch noch spannend, nur, glaube ich, gerade einfach nicht so der richtige Moment für mich gewesen. Genau, aber wahrscheinlich werde ich das erst im nächsten Lesemonat fertiglesen und zu Juli C unter Leuten werde ich natürlich auch noch ein abschließendes Urteil fällen, ob ich es nun bis zum Ende weiterlesen werde, durchlesen werde oder nur noch weiterlesen, bis ich die 10% Hürde geschafft habe, werden wir erfahren. Und ich würde sagen, jetzt gibt es wieder einen Zeitsprung bis zum Ende des Lesemonats, wo ich wahrscheinlich auf jeden Fall mindestens noch Unwesen fertig gelesen habe. Und jo. So, und das ist jetzt noch der letzte Szenewechsel für diesen Monat. Ich bin im Urlaub am Meer in Südfrankreich und ich habe die letzten Bücher fertig gelesen. Das ist zum einen Unwesen, was ich letztens eben angefangen habe. Und ich kann alles weiterhin bestätigen, was ich bisher über dieses Buch gesagt habe. Und noch hinzufügen, dass es sich immer weiter gesteigert hat. Das ist so der Wahnsinn, wie dieser Typ das einfach schafft, unterschwellig so ein Unwesen sozusagen aufzubauen. So eine bedrückende Stimmung, ohne dass irgendwas konkret Böses passiert, ohne dass ein klares Monster auf den Plan tritt sozusagen. Wisst ihr, wie ich meine? Es ist alles unterschwellig zwischen den Menschen. Und dieser gelbe Container, der da angespült wurde, der plötzlich rätselhafterweise mitten im Hafen steht, wo keiner weiß, wo der herkommt, der spielt gar nicht mal so diese zentrale Rolle. Also nicht, indem er erwähnt wird. Irgendwo unterschwellig natürlich schon, aber irgendwann habe ich mir mal gedacht, krass, der wurde jetzt echt lange nicht mehr erwähnt. Und trotzdem steht er irgendwie die ganze Zeit im Zentrum dieser Geschichte. Und wow, ich liebe die Charaktere. Das ist so cool erzählt. Das erinnert mich tatsächlich auch so ein bisschen an S, weil es so ein bisschen diese Zeitebenen, also nicht Zeitebenen, aber du lernst diese Charaktere in verschiedenen Altersstufen kennen. Am Anfang sind sie 13, dann sind sie mal erwachsen, dann sind sie mal irgendwann Jugendliche und du begleitest die irgendwie so im Größerwerden und hast auch so ein bisschen diese Phänomene, die man halt so ein bisschen selber erleben kann immer beim Älterwerden, dass man dann irgendwann Jugendfreunde wieder trifft und irgendwie ist die Stimmung komisch, weil man irgendwie sich ja kennt, aber irgendwie kennt man sich auch nicht mehr und das ist total, total gut gemacht. Und genau auf der einen Seite hat es mich dadurch an S erinnert von Stephen King. Also generell erinnert es sehr an Stephen King, so vom mystischen und vom unterschwelligen sozusagen, obwohl es auch seinen eigenen Schreibstil hat. Das muss man ganz klar dazu sagen. Es hat definitiv seinen eigenen Schreibstil. Ich würde niemals den Schreibstil mit Stephen King verwechseln, aber es erinnert mich tatsächlich auch an, wie hieß denn das? Das Buch, was ich letztes Jahr gelesen habe, ich fände es mir gerade ein. Wie fällt mir der Name gerade nicht ein? Ja, auch dieser märchenhafte Kampf zwischen Gut und Böse, wo man heutzutage eher sagt, das ist ein bisschen langweilig und ich bin gerade ein bisschen abgelenkt, weil da hinten geht gerade die Sonne auf. Damn, es sieht das geil aus. Vielleicht soll ich gleich mal die Kamera drauf schränken, aber da sind ein bisschen die Wolken davor, das ist ein bisschen schade. Ich zeige es gleich mal. Ja, also an dieses Buch von letztem Jahr erinnert sich mit diesem Kampf gut gegen Böse, der ja eigentlich ein bisschen langweilig, als ein bisschen langweilig anerkannt wird sozusagen. Aber ich fand es hier total gut und da komme ich gleich aufs Ende auch zu sprechen, denn das Ende war für mich im ersten Eindruck ein bisschen, ja, plötzlich. So, man hat dieses Problem, diese Situation, die sich über 700 Seiten aufgebaut hat und wenn ich ganz ehrlich sein soll, irgendwie hat sich das Problem innerhalb von zwei Absätzen gefühlt gelöst und dann war ich so, aha, so, so. Und dachte mir, das hätte man ein bisschen ausschmücken können, aber ich finde, ehrlich gesagt, hat es doch genau so gepasst, weil es sowas märchenhaft Definitives hatte. Wisst ihr, wie ich meine? Das ganze Buch hat sich gar nicht wie ein Roman gelesen, sondern eher wie so ein Märchen, so ein langes Märchen, so eine Erzählung und dafür, finde ich, passte dann das Ende doch ganz gut. Das war sowas, naja, ja, und das, ja, mehr will ich dazu aber natürlich auch nicht sagen, weil ich will ja nicht spoilern. Das heißt, von mir geht auf jeden Fall eine Empfehlung an Unwesen von John Aivide Lindquist raus, falls man ihn so ausspricht und ich werde auf jeden Fall noch mehr von ihm lesen. Könnt ihr euch drauf gefasst machen. Das nächste war dann, das habe ich jetzt gerade nicht hier, das Buch, von Andy Weir, von dem Artemis ist schon ein bisschen älter, das Buch, also ich glaube, es ist zwischen Marsianer und Astronauten rausgekommen und das handelt von, also es spielt auf dem Mond sozusagen, also da wurde eine Stadt auf dem Mond gebaut und die Stadt heißt Artemis und da haben wir Jess, die ist so eine kleine Kriminelle sozusagen geworden, schmuggelt so ein bisschen Zeug hin und her und da entsteht dann eine riesige Thriller. Ich habe das bis jetzt erst angefangen, ich bin, glaube ich, so circa auf Seite 100 von 400, habe so ein Viertel geschafft vielleicht und ich muss sagen, bisher finde ich es noch nicht so ultra, ultra spannend, also es ist noch sehr viel Worldbuilding so, also es wurde sehr viel so diese Stadt aufgebaut, wie ist das, wie funktioniert diese Stadt sozusagen, wie funktioniert das Leben in dieser Stadt auf dem Mond und so. Das wurde schon alles jetzt sehr, sehr geschickt sozusagen erklärt, so innerhalb der Handlung, aber trotzdem fand ich es bisher noch nicht so spannend. Und es gibt bestimmt Leute, die sich genau dafür interessieren, auch für das Wissenschaftliche daran, aber genau das Wissenschaftliche waren immer genau die Punkte, die mich bei Marsianer und bei Astronauten eher nicht ganz so sehr interessiert haben, wo ich mich mehr für die Geschichte interessiert habe und so geht es mir hier auch. Und deswegen ist es noch nicht so ganz spannend, aber ich lese es gerade zusammen mit meinem Papa bzw. das Hörbuch und der ist schon sehr viel weiter und der weit, hey, tipp, denk nicht dran, das jetzt nie weiterzulesen, das wird noch sehr viel spannender, also ja, liest es noch weiter und das werde ich dann wohl auch tun. Okay, jetzt muss ich doch mal gerade euch den Sonnenaufgang zeigen. Oh, Junge, so geil. Also sobald ich ins Blick komme, wird da hinten wieder ganz hell alles. Okay. Ja, ich filme das leider gerade mit meinem Handy und dann auch noch mit der Frontkamera, ich kann nicht zoomen, wobei auch mit der Backkamera ist so ein Zoom nicht so, das wahre. Ja, außerdem höre ich jetzt gerade nochmal Tintenherz. Beziehungsweise ich habe vor, die ganze Tintenreihe nochmal durchzuhören. Da gibt es ja gerade ein paar Booktuber, die da einen großen Reread machen, anlässlich dessen, dass da im Oktober die Fortsetzung, der vierte Teil rauskommt, die Farbe der Rache. Hieß das so? Irgendwie so, sonst blende ich es hier nochmal ein, falls das nicht stimmt. Ja, und ich habe gedacht, ich fand die Geschichte auch immer cool. Ich habe die als Kind zum ersten Mal gelesen bzw. vorgelesen gekriegt. Ich habe es dann auch irgendwann vor ein paar Jahren schon nochmal re-listened. Ich bin ja nicht der Typ, der Bücher nochmal liest, weil das ist für mich so, es gibt zu viele Bücher, um die Zeit damit zu verschwenden, Bücher nochmal zu lesen. Und deswegen höre ich die dann, wenn dann nochmal. Das kann man schön nebenbei machen und dabei auch gleich neue Bücher lesen sozusagen. Und das mache ich gerade. Ich habe gerade vor ein paar Tagen mit Tintenherz angefangen, bin jetzt so zwei, drei Stunden in meinem Buch drin. Und Jesus, ich finde es immer noch so gut. Ich habe schon mal eine Buchbesprechung dazu gemacht, kann ich euch hier mal verlinken. Aber ich kann auch einfach gleich die ganzen Dinge nochmal sagen. Also, es ist eine so schöne Geschichte, Vater-Tochter-Verhältnis, so schöne Charaktere, so schön, wie darüber über Bücher erzählt wird sozusagen, was Bücher für eine Magie sind. Und wie toll das eigentlich ist, dass wir die haben. Und jetzt, Leute, geht es richtig ab, der Sonnenaufgang. Jetzt kommt der so richtig hinter der Wolken raus. Sorry, dass ich hier so ein bisschen abgelenkt bin immer. Oh mein Gott, wie cool. Das letzte Buch, was ich gelesen habe, ist gleichzeitig auch ein Buch, das ich geschrieben habe. Es handelt sich um dieses kleine Büchlein hier, das Phönix-Kid von mir. Und das habe ich im Rahmen von Story One geschrieben. Ich brauche es gar nicht erklären, ich habe das ja schon ein bisschen früher mal erklärt, so. Aber jetzt ist es tatsächlich soweit, es ist fertig, es wurde gedruckt. Es ist im Handel verfügbar, im Online-Handel dazu gesagt. Also, online könnt ihr es überall bestellen, wo ihr wollt. Bei Thalia, bei Pubendubel, bei, ich will nicht Amazon nennen, aber bei Amazon. Ja, ich glaube einfach überall. Und ich würde mich natürlich freuen, wenn ihr das lesen würdet. Und ich würde mich auch freuen, wenn ihr es, wenn ihr selber BookTuber seid, es auch besprecht. Oder mir sonst einfach gerne mal in die Kommentare schreibt, wie ihr es findet. Weil das ist natürlich immer viel wert. Und ja, ich kann kurz mal auch den Klammtext erzählen, dass das hier steht, ein Kind ist geboren. Es war einfach da, wie der Phönix aus der Asche. Und so stirbt es auch. 13 Geschichten über die Mysterien der Welt, der Natur und des Menschseins. 6 Personen, 6 Schicksale, eine Familie, eine Verbindung. Es geht dabei um dieses mystische Kind, was irgendwie über allem schwebt, was irgendwie da drüber steht, wo man sich die ganze Zeit fragt, was könnte denn das sein? Und gleichzeitig begleiten wir eben eine Familie, die alle so ein bisschen ihre Probleme mit einer bestimmten Thematik haben. Verschiedene Umgänge mit einem Thema. Und wir begleiten die durch ein Jahr durch, durch verschiedene Monate und sehen dabei eben auch diese verschiedenen Monate so ein bisschen betrachtet. Oder wie die Menschen auf diese Monate oder verschiedenen Jahreszeiten vielleicht anspringen. Und das ist etwas, was mich sehr fasziniert hat beim Schreiben, wo ich sehr im Schreiben versumpft bin. Und was mich sehr, ja keine Ahnung, es hat mir sehr viel Spaß gemacht, das zu schreiben. Und es würde mich freuen, wenn es euch genauso viel Spaß macht, das zu lesen. Und genau, mit diesen Worten verabschiede ich mich jetzt von diesem Lesemonat. Es ist so kalt, es ist wirklich kalt eben. Ich weiß nicht, ob ihr das gemerkt habt, ich bin immer so ein bisschen am Zittern. Und jetzt zum Schluss zeige ich euch nochmal den Sonnenaufgang, weil er wird immer krasser. Ja, aber ich verabschiede mich schon mal. Tschüssi! Ja, ich weiß nicht. Vielen Dank.